Grüß Eng, ich bin Petra Raut von Oberland dabei und begrüße euch zum Newsflash. Grünes Licht für den Neustart der Fußball-Bundesliga. Ab morgen gibt es eine neue Verordnung für den Breitensport. Das Betreten von Sportstätten im Freiluftbereich ist ab 15. Mai zur Ausübung des Sports wieder erlaubt. Zu Personen, die nicht im selben Haushalt leben, muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Bei der Ausübung von Mannschaftssportarten, die das Ziel des Spitzensportes haben und aus denen Einkünfte erzielt werden, darf der Mindestabstand auch unterschritten werden. Allerdings ist die Anwesenheit eines Mannschaftsarztes Pflicht. Raus aus Öl und Gas. Wer jetzt einen Heizungstausch hin zu einer zukunftstauglichen Pellets- oder Wärmepumpenheizung machen möchte, wird sowohl vom Land als auch Bund mit satten Förderbeiträgen unterstützt. Im Rahmen der Wohnbauförderung des Landes gibt es einen Zuschuss von 25 Prozent der förderbaren Kosten, während der Bund mit 30 Prozent bzw. maximal 5.000 Euro fördert. Alle Informationen findet ihr auch auf www.oberland-dabei.at. Wir von Oberland dabei verabschieden uns mit der Wettervorschau für morgen und wünschen euch noch einen schönen Abend. Wettervorschau für morgen und wünschen euch noch einen schönen Abend. Wettervorschau für morgen und wünschen euch noch einen schönen Abend. Wettervorschau für morgen und wünschen euch noch einen schönen Abend.